Herzlich Willkommen zu einem neuen... Hallo, hallo, hi, ich bin auch da. Na? Ja, herzlich Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Mein Name ist Fur. Das ist ja ganz schön laut. Was? Kannst du jetzt mal was sagen? Ja, nur weil du plötzlich schon anmoderierst. Achso. Hallo, wir sind die professionellsten Let's Player der Welt. Nur Plo Grumus nicht, das ist der einzig Schlechte. Ja, der einzige, der auch keinen Spruch hat. Ich bin Gones und... Ich hab Hunger, äh, ich bin Fur. Das ist schlecht. Und wieso krieg ich nur noch diese scheiß Magie-Dinger, wenn ich Herzen brauch? Verdammte Scheiße. Wir sind hier im ersten Raum des Feuertempels und kommen nicht weiter. Das ist natürlich ganz schön dumm. Wir könnten auch rein theoretisch in den Wassertempel gehen. Ja, warum nicht? Was? Geht doch nicht. Doch, warum nicht? Nee. Warum nicht? Man kann doch nicht erst einen anderen Tempel machen. Wieso? Wir sagten, dass wir in den Feuertempel gehen müssen. Weil man irgendwas hier kriegt, was man da braucht. Was ist das ausprobieren? Nein. Boah. Und jetzt? Ja, erstmal gucken. Wir haben ja noch gar nicht hier an die Decke geguckt, ob man da irgendwas abschießen kann oder so. Hm. Du musst dich entscheiden, welchen Pixel du möchtest. Ja, aber das kann doch nicht sein, Mann. Dann ist wirklich irgendwas in dem Krater davor oder so. Oder... Ach, das ist eigentlich einfach... Oh Gott! Oh Gott! Alter, können wir den Part davor löschen, wo wir hier nicht weiterkommen? Jedes Mal sind wir so dumm! Ja, also, um hier weiterzukommen, müsst ihr an der Seite vorbei und, äh, dann einfach raufspringen. Ah, ja, und jetzt haben wir natürlich keine Dekostäbe, weil wir die nie haben. Ach, die kann man gar nicht benutzen als Großer. Das ist das. Die kann man doch mit dem, äh, mit der Waffe, die wir hier kriegen, kaputt machen. Richtig. Und jetzt müssen wir hier Feuer wachen. Hm, wie macht man das ohne Dekostäbe? Das ergibt keinen Sinn. Das geht auch nicht. Oh Gott. W-womit kann man... Gesundheit, womit kann man Feuer machen? Ach, das kann doch nicht sein. So? Wieso steht da eigentlich MP6? Weil das ein optionales Item ist. Wo steht was? Da steht grad MP6. Achso, das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Alter, das geht echt, ey, krass. Master Quest, ne? Ja, ist alles möglich. Hä? Prinzessin Ruto! Wer ist da? Bist du's fuhr? Tatsächlich fuhr? Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Ja, da würde ich mich länger mit dir unterhalten. Ach, die Zeit drängt. Erneut hat Gunnerdorf Chaos gesehen. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagi aus dem Reich der Türen zurückgeholt. Zudem wird er die gefangenen Geronen der Beste zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeine Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommen wird, Heirul in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt... Der Mut. Die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet, doch mir bleibt keine Wahl. Fuhr, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Fuhrer! Tschüss. Ja, unser guter alter Freund Darunia, ne? Das finde ich irgendwie cool. Das gefällt mir. Also ab hier weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter, ne? Das ist auch voll anders. Ja? Das kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht bin ich auch nur blöd, aber... Da. Sehr gut, Fuhrer, sehr gut. Juhu! Den haben wir noch gebraucht. Warum ist da denn irgendwo ein Herz drin? Und warum ist es linke zu dumm, die Vase kaputt zu machen? Boah! Ah! 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 Ich bin mir nicht mehr! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Hä? Oh, ne, Fuck, ja. Hm. Hm. Schon wieder... Wofür muss man hier dauernd den Feuer entfernen oder was? Darum sind ja auch überall die magischen Dinger drin. Ach, das ist voll scheiße, ey. Geht das? Ich hoffe. Oh, super. Das hat aber nicht Ding-Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong gemacht. Ach so, und jetzt schießt du mit dem Pfeil die andere ab. Ja, schnell. Die da hinten, ne? Ja, die geht bestimmt wieder aus. Boah. Nein! Ja, das war... Aber so muss man das bestimmt machen. Das geht gar nicht, das ist, wenn man es will. Selbst wenn man es will? Also, selbst wenn es klappt, hä? Ja, das geht nicht, guck doch. Selbst wenn es klappt, geht das nicht. Ja, dann muss man das wohl anders machen. Vielleicht andersrum. Hä, da ist ja auch noch eine Fackel da unten. Ja, die haben eben auch schon gebrannt. Ach so. Oh, das war schön. Hä? Dreh, dreh, dreh. Oh, das ist doch scheiße. Wie soll man das machen? I don't know. Vielleicht schnell da hin und dann darfst du auch machen. Oh, das schaffen wir nicht so schnell, oder? Oh, das geht nicht. Hä, doch, du kommst auf der anderen Seite rüber. Nur, du musst so schnell. Also, von hier geht's nicht. Wir haben gleich keine Magie mehr. Es wären da doch bloß mehr Magie-Dinger in den Baden. Ja. Ah, das geht echt nicht. Hm. Vielleicht wo genau davor steht. Hä? Selbst dann geht das nicht. Guck mal, da hinten geht's doch auch weiter, oder? Vielleicht gehen wir erstmal auf die andere Seite. Echt? Das war ja mutig. So, wo kam diese Stimme her? Ist er denn genuschelt? Weiß ich auch nicht. Naja. Ach so, da ist ein Gitter vor. Ha 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 ha. Biam. Ja, vielleicht musst du doch das so schnell machen. Ich glaube, das geht echt. Aber ich glaube, das würde gar nicht mehr reichen jetzt, oder? Für zwei. Ja, das weiß ich nicht. Was machen wir dann? Ja, sammeln. Hm. Töck. So brennt's auch. Ja, ja. Ach, du hast ja die Frage ver- Ja, dann geht das. Also, kann ich das? Anscheinend, ne? Ich glaube aber nicht. Für immer. Was ist das eigentlich für ein Loch? Oder mal rein? Ich hab Angst. Ich auch. Das ist so ein Drang, ne? Ja. Wenn das zweimal geklappt hat, dann klappt das beim dritten Mal auch. Hey, theoretisch. Wann krieg ich mal Feuerfalle? Ich glaub, ganz am Ende, oder? In der letzten Dungeon? Was ist denn das? Nee. Kann ein Schloss. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass man... Oder kann man die jetzt? Nee. Ich weiß... Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass man die hier hat. Ich auch nicht, aber... Super. Wir sind die Besten. Wir sind die Allerbesten. Im Osten wie im Westen. Was soll denn das? Ist das mal ein Tod, oder was? Das war eine Todesfalle. Das war eine Todesfalle. Hä? Komm ein Raum weiter und komm schon wieder nicht weiter. Wann kriegt man die Feuerfalle? Weiß ich nicht. Weil damit könnte man was machen. Andere Möglichkeiten gibt's doch gar nicht mehr, oder? Man muss als Kleiner hier rein, aber das geht auch nicht. Nee, das ist keine Rüstung, ne? Ja. Ich guck mal in der Lösung, wo man die Feuerfalle kriegt. Ja, mach mal. Wir sind nämlich die besten Spieler der Welt. Ja. Er durchsucht jetzt sein Gehirn. Ja, das meint der. Ich nenn meinen Kopf immer Lösung. Ich hab heute so Lösungsschwerfen. Die Lösung für alles. Ja, genau. So, erstmal gucken, ob man die hier überhaupt kriegt, ne? Aber sonst wüsstest du ja gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Was? Achso, ja, ich hab noch nie was von Feuerfallen gehört. Was? Gibt es nicht. Wie? Oh, der war halt Augen... Achso, dass es noch im U-Stirmen wird. Feuerpfeile. Hä? Das bringt ja gar nichts. Steht da einfach... Ah, so lustig. Hä? Hier stehen einfach nur alle Items, aber nicht, wo man nicht... Toll. Ah, da muss ich jetzt jede einzelne Scheiß hier durchgucken. Du versuchst ja so lange weiter, ne? Ja, ja, ich... Ich pointiere vorher drinnen gerade. Ich geh nochmal raus, also... Ja, im Todeskrater müssen wir nochmal gucken. So, ich habe hier die Karte des Feuertempels. Ich sehe hier keine Feuerpfeile. Rein von der Lösung her ist es auch so aufgebaut, dass der Feuertempel wirklich vor dem Wassertempel kommt. Ich habe Hunger. Ah! Die kriegt man nach dem Wassertempel. Ah! Was? Nach dem Wassertempel. Ach, scheiße. Wie soll man das denn dann machen, Mann? Wieso kann man denn nicht jetzt in den Wassertempel gehen? Das ist doch immer so aufgebaut, dass man in einem Tempel was kriegt, um in den anderen reinzukommen. Vielleicht ist das ein Masterquest und... Ja, das kann ja echt sein, aber das wäre irgendwie ganz schön... Hä, aber... Weil... Du hast doch gerade gesehen, das geht gar nicht. Es geht nicht. Ich brauche ja irgendwie... Und mit Feuerpfeilen wäre das doch kein Problem, oder? Ja, aber... Es geht vielleicht doch. Mit Pfeilen hinschießen, oder so. Mit Pfeilen? Ja, so wie wir es versucht haben, was nicht ging. Ja, so wie wir es versucht haben. Wie komm ich nicht wieder weg? Ja, ernsthaft. Nee, das haben wir das zum Beispiel auch nicht rausgefunden. Man darf hier nie wieder weg, bis man das geschafft hat. Bis noch ein halbes Herz ist. Was passiert, wenn ich tot bin? Dann ist man tot. Und dann? Also nicht. Dann ist das Let's Play vorbei. Ja. Ja, wir haben den Hardcore-Modus ausgesucht. Ja. Den ist nur... Bei uns. Ich gehe jetzt einfach in den Wassertempel, aber ich weiß gar nicht, ob der ist. Mann, das geht eh nicht. Warum nicht? Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine halbe Stunde rumzufuchsen. Ja, dann suchen wir da eine halbe Stunde rum und dann geht es irgendwann auch nicht weiter. Ja, aber wie komme ich jetzt hier erstmal weg? Ja, wollen wir ja gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, Buch. Ach. Nöt. 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 Weiß ich nicht. Nöt. Nein. Was passiert, wenn ich jetzt Nein drücke? Dann bist du wieder da, wo wir angefangen haben. Das ist ja eigentlich gut, weil dann haben wir wieder Energie und so. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, wenn ich Fortsetzen drücke? Hätte ich auch nicht. Ich will das einfach anfangen. Super. Boah. Wir haben keine Möglichkeit, Magie, an Magie zu kommen. An Herzen. An irgendwas. Ja, wir können resetten. Resetten? Oh. Kannst du es mal bitte aufheben? Andauern will ich ja in meinen Taschen rum. Und schmeißt Sachen runter. Danke, Mann. Wie resetten? Ja, einfach jetzt auf Reset drücken, dann haben wir wieder Energie. Na, wie sagt ihr das? Hä? Listen. Diese Wolke über dem Todesfeld. Oh, das wird heute nichts Gutes. Danke, Navi. Danke. Mann, wir können doch nicht jedes Mal nicht weiterkommen, ey. Wollen wir ihn abbrechen? Wenn dann? Ähm. Guck ich mir mal deine Lösung an. Kopf. Na, keine Ahnung. Wir brauchen, ja, wenn, dann überhaupt Magie, oder? Es kann auch nicht sein, dass man hier nicht mehr wegkommt, wenn man hier drin ist, oder? Ach ja, dann ist es ja auch dumm, wenn man sich hier die ganze Zeit rumrennen, ne? Ja. Aus meinem, ja, weiß ich nicht. Wir machen jetzt erstmal eine Pause, so. Pause, woo! Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.